Ich bin schon voller Vorfreude auf das gemeinsame Tanzgeschenk mit der Musik von The Greatest Showman. Das wird zur Musik für The Greatest Show Women. Und ich freue mich total, dass du dabei sein wirst. Und jetzt warst du vielleicht noch nie bei mir bei einer Einheit und schon gar nicht online, dass du das mit dem Tanzen ausprobiert hast. Deswegen gebe ich dir jetzt ein paar Tipps mit, was du unbedingt haben solltest für die gemeinsame Stunde. Dreiviertelstunde dauert die Playlist. Aber ja, eine Stunde deswegen, weil du dich ein bisschen vorbereiten musst. Nämlich, weil, ganz wichtig, du brauchst einen Zylinder nicht. Aber ich liebe ihn. Und das passt ja super zu The Greatest Showman Musik irgendwie dazu. Und ich liebe den Film, falls das irgendwie nicht auffällt. Ja, und warum sage ich eine Stunde? Weil ich dir nur empfehlen kann, dass du dich schon rechtzeitig mit deiner Technik bereit machst. Weil das ist immer sehr verlockend. Ja, das war schon in der Schule so. Die, die es am nächsten gewohnt haben, waren die, die zu spät gekommen sind. Hm. Also das Naheliegende ist nicht immer so naheliegend. Und technische Probleme sind möglicherweise etwas, was dann auftreten könnte. Oder wo du dann irgendwie denkst, ich höre die Musik nicht. Oder das Internet. Ja. Deswegen, schau, dass du jetzt schon vorher online gehst. Ich habe die Einheit eine Viertelstunde vorher schon geöffnet. Das heißt, du kannst schon reingehen. Es ist schon offen. Ich bin vielleicht noch nicht unmittelbar sichtbar, weil ich nur ein bisschen herumtue und so. Aber ich bin schon da. Und wenn es dann eben auch Fragen gibt, ich habe den Ton schon eingeschaltet, dass ich dich höre, falls du da irgendwie ein Problem hast. Ja. Und ich werde auch schauen natürlich, falls du schon online bist und irgendwie nicht zurechtkommst. und ich höre dich nicht oder du gibst mir ein Zeichen, dass du mich nicht hörst. Dann werden wir da einfach schauen, dass wir eine Lösung finden. Ja. Wir brauchen Zoom. Das hast du vielleicht schon installiert oder noch nicht. Wenn nicht, dann unbedingt vorher installieren und dich damit ein bisschen vertraut machen. Da gibt es auch ein paar YouTube-Videos natürlich dazu. Aber im Prinzip ist das alles sehr selbstsprechend und das darf wirklich einfach gehen. Was ich dir auf alle Fälle empfehle, ist, dass du schaust, wie du die Musik am besten für dich hörbar machst. Oder das, was vom Audio übertragen wird, für dich gut und laut irgendwie zu dir kommt. Weil dann macht Tanzen einfach noch mehr Spaß. Ich selbst helfe mir damit ab, dass ich da so ein Stöppeln im Ohr habe. Das heißt, rund um mich herum ist es sehr leise. Man hört dann höchstens, wenn ich dann irgendwie mitsinge, weil es gerade lustig ist. Oder weil ich irgendwie bei meinem Punch so einen Ha! rauslasse. Aber das stört wahrscheinlich weniger, als wenn die Musik voll ganz laut auftritt ist. Wobei 19 Uhr ist eh noch total in Ordnung, laut zu sein. Also schau, dass du da irgendwie für dich schaust, wie du die Musik am besten für dich hörbar machst. Wie gesagt, solche Stöppeln sind ganz gut. Wenn du die nicht hast, hast du vielleicht irgendwie so eine Box bei dir zu Hause stehen sogar und möglicherweise gar nicht genutzt und jetzt ist der Moment. Oder du hast sogar irgendwie die Möglichkeit, das Ganze an deinen Computer mit dem Fernseher zu verbinden. Also ich weiß auch von meinen Teilnehmerinnen, die sind ja sehr trickreich geworden im letzten Jahr und haben coole Sachen entwickelt, eben auch, dass sie das anschließen gleich an deinen Riesenscreen. Da bin ich dann total bei euch zu Hause im Wohnzimmer und du hast einmal mehr noch ein größeres Bild. Also schau, was du da machen kannst und magst. Und das Zentrale ist wirklich, dass du einfach vom Ton her, das macht am meisten Unterschied, finde. Und ja, falls du auch Nia noch gar nicht kennst und dir die Frage stellst, habe ich ja auch genug Platz, prinzipiell handhabe ich meine Einheiten so, dass ich dich einlade, es so zu gestalten, dass es möglich ist. Und wenn du ganz wenig Platz hast, dann kannst du auch den nutzen. Und wenn du viel Platz hast, dann nutze ich den. Bewegungen kann man ja kleiner machen oder größer machen. Und ja, vielleicht ist das dann extra anstrengend, ja. Aber das kann genauso viel Spaß und Freude machen. Und dafür hast du dich ja hoffentlich angemeldet, dass du da was Freudvolles tust und dein Körper bewegt sich sowieso. Und warum nicht in Freude bewegen, egal wie viel Platz wir haben, auf das freue ich mich, ich freue mich auf dich. Und ja, wenn du irgendwie vorher schon noch eine Frage hast, dann antworte auf meine Aussendung mit dem Zoom-Link, die du ja jetzt gerade bekommen hast, wenn du das Mail bekommen hast. Oder jetzt irgendwie auf YouTube plötzlich das Video siehst und dich fragst, hey, was, was, tanzen, greatest showman, showman, was, was, hey, was, was, Sonntag, Sonntag, 10.1., hör, was, 19 Uhr, das geht jetzt nicht nur aus, wo kriege ich das? Einfach auch anmelden. Genau. Also, ich freue mich auf dich und ja, wenn du die Playlist schon hören möchtest, die gibt es ja auch im Newsletter. Einfach drauf gehen und jetzt schon gerne tanzen und singen und Freude haben. Das ist die Möglichkeit für dich.